Damit Willkommen zum ersten Reaktor Video. Grüße gehen raus, hallo YouTube, wenn ich das nachher auf YouTube veröffentliche. Ja, wir sehen hier gerade Little Nightmares 2, But Why I Need We Need By Mods 2. Der zweite Teil, da gibt es den ersten Teil schon von. Da hat jemand Little Nightmares 2 gemoddet und das hat das Spiel irgendwie ein bisschen Versorgung an manchen Stellen. Das gucken wir uns jetzt an. Little Nightmares 2 haben wir schon gespielt. Das habe ich live im Stream schon gespielt. Jetzt gucken wir uns mal an, was man mit Mods auch das schlecht machen kann. Oh, move! Move Woody! Move! Das jemand... Das jemand... ...Karaktiere von Toy Story in... ...Nen Nightmares reingepackt. Sehr schön. Hey, we washed up on the shore. We wanted men. It's time to start our new life. These streets are eerie, hey Woody. Because I really didn't hold back for Toy Story 5, did they? Oh... Alright, this... This don't look like a nice place. I'm definitely getting the heebie-jeebies. Wait, 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 wait. Is then in a certain way a little... Yeah, with Toy Story characters, it's just so gruselig. The game. Yeah. Oh, we played football now. I would like to play with Toy Story. That's what we're doing. Woody, it's not a time for games, alright? We lost his voice. Alright, Woody, we gotta head up this. Come on. Where are we, Woody? Dude, what kind of place is this? What do they do to the kids? Why is this a room? And why is there a spoon on the ground? Do they force feed them cornflakes? Yeah. 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 I just... I can't get over how he glows in the dark now. Um... I don't like the sound of that. The Liren have it too. That's all the Gegners. That's not unsettling. Not only Woody and the Buzz from Toy Story as playable characters, but... That's also the Gegners. The Liren have it too. The Liren have it too. The Liren have it too. Mom, come pick me up. I don't want to go anymore. Oh, a ball. Oh, a ball. Alright, Woody, so we don't pick up the ball, okay? Is that a corpse? That looks like a corpse. Oh, hello. Is that another toy? I'm a space ranger. I'm here, Al. Oh, he's an evil fighter. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, god damn it. Alright, guess... Get to them. Delica, Nelson. Ah, yeah. He's cool. And Simpsons is a character here. What happened to them? Oh, mutilated. Get back here with Woody. Oh, no. No. Oh, god damn it. Alright, guess, uh, we're on our own. Ooh. Hey, here's something. Oh, my. And that is Mrs. Incredible teaching the class. Dude, this is so weird seeing Chicken Little Nelson being taught by Mrs. Incredible. Alright, don't mind me. I'm just, I'm just, I'm just sneaking at the back here. Chicken Little, you better not sneak. There are a lot of Disney characters, who play here in the Nightmares. Is that Disney or not? No, at all. That's the funny mod. Oh, no. Oh, oh. Uh. Du. Das is a funny mod. Oh, 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 oh. Okay, quick, quick, quick. Hide in this box. Oh, no, my lights, my lights are flat. Da sind meine Kinder hier, wer hat denn hier gemoddet? Oh ok, das war, das war intens. Ist das ein Jimmy arbeitest? Wer ist das? Ein Jimmy war das, was für ein Jimmy? Oh, ich habe dir die Hände in, Junge. Aha, ok. Ah, da sind wieder das Küken und das. Das hier meine ich nicht immer Werbung gucken muss. Das muss dann später ausschneiden. Hä? Oh, headless chicken little. Ok, ich weiß nicht warum das passiert, aber ähm. Oh, ich brauche das, um es in die Hände zu verbinden. Ok, das sollte ein chicken little. Wenn du ihn brauchst. Ja, interessant. Ja. Hier müssen wir uns jetzt nicht ewig angucken. Was mich interessieren wäre, was mit dem Betreuung, wie haben sie den? Den Sin Man. Ja, schon wieder Werbung. Hatte fünf Wärme und sein zwölf Minuten wieder geschnitten. Mein Danke auch. Ok. Und die Leerraum ist... Das hatten wir am Anfang schon. Oh, oh. Oh, move! Move Woody! Die Leerraum ist diese superhellen Frau. Das ist ja sehr schön. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ja. Schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Er macht das als ein Leidmares. Ok, das ist ja nicht ganz falsch. Ok, der macht wohl öfter solche Videos. Der macht hier... Ruiniert. Weiß ich nicht. Devil May Cry 5 Ruiniert von Mods. Der hat sich wohl auf sowas... Toasted Chips. Der ist da auch spezialisiert. Ok. Schaut mal bei ihm vorbei. Lassen wir mich noch rum. Da. Jut. 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 Jut.